Sie hören? Wolfsschlucht von Andreas Föhr. Gelesen von Michael Schwarzmeier. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Holzkirchen Die Alpen waren nah an diesem Abend. Auf Wallberg und Hirschberg lagen Schneereste. Die Zweitausender dahinter leuchteten weiß. Der April war mild in diesem Jahr. Bianca Stein saß auf der Terrasse ihres Hauses und betrachtete die Alpenkette, ohne sich an dem Anblick zu erfreuen. Im Whisky bildeten sich zitternde kleine Wellen, als sie das Glas zum Mund führte. Sie schloss die Augen. Das Pochen der Schläfenadern verursachte einen stechenden Schmerz oberhalb ihrer linken Braue. Sie war mit dem Kopf gegen die Schreibtischkante geprallt, und der helle Teppichboden in ihrem Büro hatte rote Flecke bekommen. Platzwunden auf der Stirn seien sehr ergiebig, hatte man ihr im Krankenhaus versichert. Das Telefon klingelte. Es war Isabel, ihre Mutter. In der Arbeit haben sie gesagt, du musstest ins Krankenhaus. Um Himmels Willen, was ist passiert? Bianca erzählte es. Mein Gott, auf die Schreibtischkante? Das kommt davon, wenn man am Wochenende ins Büro geht. Es folgte eine Pause, in der Isabel etwas trank, Wein vermutlich. Bianca konnte es ihr kaum vorhalten mit einem Glas Whisky in der Hand. Mitten im Gesicht. Ich hätte auch mit dem Hinterkopf draufknallen können, aber nein. Bianca schniefte und kämpfte mit den Tränen. Tut mir leid, Spatz. Es folgte eine weitere Getränkepause. Um was ging es denn bei dem Streit? Bianca überlegte kurz, ob sie ihre Mutter einweihen sollte. Aber das war noch zu früh. Sie wollte erst Gewissheit haben. Außerdem war sie sich nicht sicher, inwieweit sie ihrer Mutter trauen konnte. Vielleicht wusste sie es schon seit Jahren. Das Übliche. Ich habe ihm gesagt, dass wir bald pleite sind, wenn er so weitermacht. Das hört er nicht gern. Ah ja? Isabel war fern aller Lebenswirklichkeit und Alkoholikerin. Umso mehr staunte Bianca über das feine Gespür ihrer Mutter. Kein Zweifel. Sie ahnte, dass es diesmal um mehr gegangen war. Bianca schwieg. Kann ich dir irgendwie helfen? Im Augenblick nicht. Aber es kann sein, dass ich dich bald brauche. Es wäre schön, wenn du dann wirklich da wärst. Ich... Ich bin da. Isabel machte eine weitere Pause, aber es schien Bianca, dass sie diesmal nicht trank. Du machst mir Angst, aber ich bin da, okay? Ich melde mich. Ciao. Bianca legte auf. Sie hatte Angst. Angst vor dem Kampf, der ihr bevorstand. Vor der Auseinandersetzung. Und dass sie sich vielleicht auf lange Zeit mit anderen Menschen zerstreiten würde. Diese Furcht war normal und vernünftig. Aber dann saß da noch die andere Angst in ihrem Bauch. Eine naive, abgrundtiefe Angst, wie sie Kinder hatten oder vielleicht Menschen im Mittelalter. Bianca war weder Kind noch im Mittelalter verhaftet. Sie war Anfang 30, hatte ein Studium absolviert und arbeitete erfolgreich als Marketingmanagerin einer Privatklinik. Und dennoch hatte sie eine ganz und gar irrationale Angst. Angst vor einer Frau mit roten Haaren und stechend grünen Augen. Angst vor einer Hexe. Es war fast dunkel und die Temperaturen zogen an. Windlichter brannten im Kreis um den Kraftort über dem Erdstall. 50 Schritte vom Bauernhaus, 12 von der Esche. In der Mitte des Kreises ein paar Damenhandschuhe aus Schweinsleder, teuer und wenig getragen. Unter den Handschuhen ein Pentagramm, das Stefanie Lauberhalm oben an der Ätherspitze beginnend, zunächst nach links unten gezogen hatte, wo sich die Spitze befand, die das Prinzip der Erde symbolisierte. Die Reihenfolge der übrigen vier Striche ergab sich von selbst. Wasser, Luft und Feuer, der letzte Strich zurück zum Äther, vollendete den Drudenfuß. Stefanie war 36 Jahre alt, ihr Haar rot und kurz geschnitten, das Gesicht länglich mit einem energischen Kinn, es erinnerte entfernt an die Nofretete, und einem Mund, der die meiste Zeit, so hatten viele Mitmenschen den Eindruck, spöttisch lächelte. Waren ihre Augen nicht wie jetzt geschlossen, strahlten sie in einem Grün, das man sonst nur von Gletscherbächen kennt, eisig und hell. Stefanie war in eine Decke gehüllt und wiegte ihren Körper vor und zurück, die Lippen bewegten sich.